Es beginnt alles damit, oder es macht Sinn, dass du lernst, deine Gedanken zu überprüfen, sie zu beobachten, diese Fähigkeit haben wir Menschen, es uns sozusagen von außen als Beobachter anzuschauen, was denke ich da, oder was denkt es da, ja. Und nur dann hast du die Chance, wenn du es erkennst, die Gedanken zu verändern. Vielen Dank.